Musik Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug, Entstehungsgeschichte Es war die Abbildung eines Gerichtsprozesses, die 1802 drei junge Dichter angeblich zu einer Art poetischem Wettkampf inspirierte. Heinrichs Schocke, Ludwig Wieland und Heinrich von Kleist standen in der Schweiz vor dem Kupferstich Le Jusche ou la Cruche Cassé. Auf Deutsch Der Richter oder Der Zerbrochen. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com You Wie Du Wie Wie